Servus liebe Freunde der gepflegten Warthan-Unterhaltung, ich bin Raibu und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch über das Flak-Problem im Spiel sprechen. Und da gleich vorweg, wir müssen hier wieder ein bisschen differenzieren, weil die Schere der Flaks im Spiel meiner Meinung nach unglaublich groß ist. Wir haben Flaks, die taugen gar nichts und wir haben Flaks, die sind mega. Natürlich auch hier, ich gebe meine persönlichen Erfahrungen aus dem Spiel wieder. Ihr könnt das natürlich komplett anders sehen. Wenn ja, dann gerne mal unten eure Sicht der Dinge in die Kommentare. Im Wesentlichen sehe ich drei größere Probleme mit den Flaks, auf die ich hier im Video eingehen möchte. Erstens, die Verteilung auf die Nationen ist viel zu unterschiedlich. Einige Nationen haben in bestimmten Bereichen gar keine Flaks, wie Italien zum Beispiel. Rang 3 mit dem R3, der in den wenigsten Fällen als Flak eingesetzt wird. Und dann wieder erst eine auf Rang 5 mit der SIDAM. Gleiches gilt für Frankreich. Nach Rang 2 kommt bis Rang 4 gar nichts und danach erst wieder was ab Rang 6. Japan, dasselbe Spiel. Da habt ihr auf Rang 4 noch was und dann erst wieder auf Rang 6 und so weiter und so weiter. Ich will das jetzt gar nicht für jede Nation im Spiel ausführen. Ihr wisst aber, glaube ich, was ich meine. Und da ist halt eben der Unterschied viel zu groß. Zweitens, die Flaks werden zu einem Großteil nicht für das genutzt, wofür sie gemacht sind. Auch das ist meine Erfahrung. Nämlich, klar, um Flugzeuge zu bekämpfen. Und dass eine Flak zum Flugzeuge bekämpfen im eigentlichen Sinne gedacht ist, das liegt ja auf der Hand. Nein, doch. Aber die wenigsten machen das. Tja, und woran liegt das? Das hat meiner Meinung nach mehrere Gründe. Den vorangegangenen Punkt, den ich eben schon genannt habe, unter erstens dann, weil einige Flaks diesen Namen überhaupt nicht verdient haben, weil die Kadenz entweder viel zu gering ist oder sie eine viel zu geringe Turmdrehrate haben, dass man überhaupt nicht hinterherkommt. Der aber hier aus meiner Sicht entscheidendste Grund ist wohl, dass viele Flaks Munition mitführen, die es viel leichter macht, damit einfach andere Panzer zu jagen als Flieger. Ja, wir brauchen hier jetzt natürlich auch nicht darüber zu reden, dass Flaks auch dafür ausgelegt waren bzw. sind, um feindliche Panzerfahrzeuge zu bekämpfen. Es geht mir hier jetzt nur um den Fakt bzw. meine Beobachtungen im Spiel an sich. Und da finde ich, dass es deutlich besser laufen könnte. Aber auch hier ist Gaijin zu einem nicht unwesentlichen Teil schuld. Viele von euch können sich sicher noch daran erinnern, dass es eine recht lange Zeit gab, in der man zum Beispiel im Hightier so gut wie nichts gegen Helis, die ich jetzt auch mal zu den Fliegern dazu zähle, machen konnte, weil die Flaks einfach nicht dieselbe Reichweite wie die Heliraketen hatten. Also haben viele die Flaks da auch einfach in der Garage stehen lassen und das völlig zu Recht. Und ich glaube auch nicht, dass die Anpassung der Raketenreichweiten der jeweiligen Flaks hier eine große Veränderung gebracht hat. Es gibt natürlich auch richtig gute Flaks zur Fliegerbekämpfung im Spiel. Um nur mal einige zu nennen, der Wirbelwind, der WZ-305, der AMX-30 DCA, der Sergeant York, die Falcon oder auch alles an Flaks, was mindestens zwei, besser aber sogar vier Fünfziger-Kaliber-MGs hat. Gerade halt so im Low- bis Mittierbereich können die da auch noch ganz gut mithalten. Aber ich glaube auch, dass die vorangegangenen Punkte hier schon einfach deutlich zu sehr abschrecken, dann mal wirklich in eine Flak zu steigen und sich um die Flieger bzw. Helis zu kümmern. Und drittens, die Belohnungen für das Abschießen von Feinfliegern, die sind einfach zu gering. Nicht nur, dass viele Spieler, auch aus den eben schon genannten Gründen, einfach keinen Bock zu haben scheinen, in eine Flak einzusteigen, sind auch die Belohnungen, die man für das Abschießen bekommt, eher ziemlich mau, mal sehr neutral ausgedrückt. Was könnte man da nun besser machen, um das Flak-Fahren bzw. das Flieger- und Helisbekämpfen mit einer Flak attraktiver zu gestalten? Gaijin könnte zum Beispiel eine Art Extra-Belohnung geben, wenn man sich dazu entschließt, Flieger zu bekämpfen. Aber diese Belohnung dann halt eben auch wirklich nur fürs wirkliche Abschießen von Flugzeugen oder Helis und nicht fürs Abschießen von Panzern. Natürlich muss diese Belohnung auch entsprechend gut sein, ja. Also so viel besser, dass man halt sagt, okay, ich gehe lieber Flieger und Helis jagen anstatt Panzer. Ich denke, sowas könnte schon mal ein ganz guter Anreiz sein. Es gibt natürlich auf jeden Fall noch deutlich mehr Punkte, wie man das Flak-Fahren attraktiver machen könnte, aber das würde jetzt den Rahmen dieses Videos sprengen. Haut mal gerne auch eure Ideen und Meinungen dazu in die Kommentare. Bewertet das Video, teilt es und seid auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder mit dabei. Entweder hier auf YouTube oder auf Twitch, twitch.tv slash Rayboon. Bis dahin macht's gut. Euer Rayboon. Bis dahin macht's gut. Bis dahin macht's gut. Bis dahin macht's gut.